Also wir sind hier im Wald zwischen Leinfeld, Echtling und Steinerbrunn im Gebärreich Hauwald und wir haben hier gegen 14 Uhr die Alarmierung gehabt, dass hier der Wald brennt. Also da die topografische Lage etwas schwierig war, dass es eine Hanglage war, mussten wir relativ viel Schlauchmaterial und einige Zehrohre in den Wald vornehmen. Also wir sind ungefähr 200 Einsatzkräfte aus dem Landkreis Böblingen und Landkreis Estlingen mit 40 Fahrzeugen hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020